Welche Art von Agentur brauchen Sie heute und morgen? Eine Agentur, um Ihre Kommunikationsziele zu erreichen? Ihre Marketingziele? Ihre Unternehmensziele? Eine Agentur, die Ihre Strategie, Ihre Brand, Branche, Kunden versteht? Einen Partner, der Sie versteht? Der Ihrer Marke hilft, Ihren eigenen Weg zu gehen? Erfolgreiche Marken brauchen erfolgreiche Werbung, Promotion, Information, Entertainment, Gamification, Kommunikation. Kommunikation ist paid, earned, owned, Social Media. Strategy, Content, Strategy, Brand, Strategy. Kommunikation ist tactical, Touchpoint, Cross-Channel, Corporate Design, Corporate Wording, Storytelling. Alles. Und alles ist Kommunikation. In dieser Welt müssen Marken ihre eigenen Wege finden, Dinge anders tun, andere Dinge tun, Unabhängigkeit gewinnen. Wenn Sie wollen, begleiten wir Sie dabei. Panama. Unabhängigkeit gewinnt.